Jau Leute, was geht? Adventskalender, Tag 2 am Start, puh, entschuldige, muss los groß, Bruder, so im ersten Türchen war das drinnen, heute ist der zweite Weihnachtstag, alles gut, jetzt ist der zweite Weihnachtstag, meine Freude auch, ihr da hinten, Dankeschön, heute der zweite Kalendertag vom RC Adventskalender, der RC Adventskalender vom RC Kontrollkalender, ihr wisst es, ihr habt die Videobeschreibung verlinkt, heute ist Türchen 2, im ersten Türchen war das Hauptgestell, hier ist wieder zur kleinen Erklärung die Anleitung, hier die Türchen und heute habe ich die Ehre, das Türchen 2 zu Opening, in the opening, das ist da oben, Was ist das, Alter, Stahl oder was? Ja Das schaut alles so filigran aus Ja, wir müssen wirklich aufpassen, weil wir sind etwas, naja Hier ist ein Zahnrad mit einem Metallstab, Dingsi Pumps, keine Ahnung Ja Und jetzt werden wir das zusammensetzen Ah, ja Okay Okay, das ist ganz einfach zu machen, ich sehe es schon Du hast Ehre Es wird quergestellt, das wird quergestellt Und hier ist ein Loch Loch Ness Einführen kann er, wie gelernt Nur wie weit Ja, wie weit Ich glaube, einfach mal rein Einfach mal rein, das können wir immer noch variieren Ja, das einfach Weil, ey Das einfach hineinführen in die vorgesehene Vorrichtung Und das war es schon Mit Türchen 2 Mit Türchen 2 Und ein Tutorial von der RT Adventskalender Technik von Ravel Ja, wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, damit ihr die Videos nicht verpasst Wir würden uns natürlich sehr freuen, damit ihr unterstützt ihr uns auch ein wenig Diesen Helikopter, wenn er fertig ist, kann er gewinnen Dazu müsst ihr nur Abonnent des Kanals sein Und in die Kommentare schreiben, warum ihr den haben wollt Egal bei welchem Video, es muss nur unter einem von dem RT Adventskalender sein Von Ravel Von Ravel Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung Das passt mit diesem Video Wir bedanken uns Recht herzlich In diesem Sinne Danke fürs Zuschauen Ladeokente Wow Eww 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 Untertitelung des ZDF, 2020